Herzlich Willkommen auf einem weiteren Video von mir. Leute, aktuell sind wir mit dem Bitcoin in einer extrem spannenden Phase, denn wir stehen hier wohlmöglich kurz vor einem Breakout nach oben aus unserem Falling Wedge. Und wie es jetzt weitergehen könnte, was uns beim Bitcoin noch erwarten könnte, in der nächsten Zeit werden wir uns gemeinsam in diesem Video anschauen. Also bleibt am besten bis zum Ende dran. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen. Und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir machen direkt weiter mit dem Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart. Und hier wird es gerade sehr, sehr interessant für alle diejenigen, die mein Video gestern gesehen haben. Ihr wisst, wir haben hier ein Falling Wedge auf dem 4-stündigen Chart, was wir beim Bitcoin hier geformt haben. Denn wir sehen an dieser Stelle, wir hatten an hier einen Widerstand. Ebenfalls hatten wir hier auch einen Widerstand mit einem kleinen Fakeout nach oben hin. Wir hatten hier nochmal einen Widerstand, wo wir rejected wurden. Und jetzt sind wir exakt wieder an unserer Widerstandszone und kämpfen hier mit dem Widerstand von der oberen Widerstandslinie von unserem Falling Wedge. Und auch hier unten sehen wir, dass der Support hier soweit sehr gut gehalten hat von diesem Falling Wedge. Außer, dass wir hier einmal einen Breakout hatten, der aber sofort wieder hier aufgekauft wurde. Und jetzt ist es wichtig, bei einem möglichen Breakout hier von diesem Falling Wedge darauf zu achten, dass wir hier erhöhtes Volumen sehen bei einem Breakout. Denn wir sehen, das Volumen hier ist momentan relativ niedrig. Und hier ist es wichtig, dass wir bei einem Breakout hier darauf achten, dass wir erhöhtes Volumen haben. Und im Idealfall hier nochmal einen Retest auf diese Neckline sehen und dann mit dem Preis weiter anzusteigen. Mein Preisziel für dieses Pattern bei einem möglichen Breakout wären hier circa die 47.000 bis 48.000 US-Dollar. Da wir hier nochmal bei circa 48.000 US-Dollar definitiv einen Widerstand hier zu erwarten haben. Und auch warum das Volumen so wichtig ist an dieser Stelle, sehen wir an diesem Punkt, wo wir hier es einmal geschafft haben, über die Widerstandslinie hier nach oben hin auszubrechen. Allerdings sehen wir hier exakt, dass hier extrem Volumen gefehlt hat und wir hier kein erhöhtes Volumen für einen bestätigten Breakout hatten. Allerdings haben wir hier auch auf dem Daily Chart momentan ein wenig ein beängstigendes Szenario, was uns möglicherweise erwarten könnte. Denn wir sehen hier einmal hier die rote Linie, unsere 20er Exponential Moving Average und hier an dieser orangen Linie sehen wir hier unsere 50er Exponential Moving Average. Und hier sieht es so aus, als ob sich hier die 20er und 50er EMA Linie hier kurz davor sind zu überschneiden, sodass die rote Linie unter die gelbe bzw. orange Linie hier fällt. Und das Wichtige daran ist, wir sehen hier zuvor hatten wir hier eine Überschneidung, sodass die rote Linie, die 20er Moving Average hier über diese 50er gestiegen ist. Und wir daraufhin dann mit dem Preis hier weiterhin angestiegen sind. Und gehen wir hier zurück in die Vergangenheit, sehen wir an diesem Punkt exakt, haben wir eine Überschneidung der 20er und 50er Moving Average gehabt, sodass die 20er unter die 50er gefallen ist. Genau wie wir hier kurz davor sind, an diesem Punkt diese Überschneidung zu haben. Und wir sehen, wo wir hier diese Überschneidung hatten, sind wir hier extrem mit dem Preis korrigiert bis auf ca. 29.000 US-Dollar. Also es muss jetzt auf jeden Fall von Bitcoin hier geschafft werden, dass wir es schaffen, mit dem Preis weiter anzusteigen, damit wir ein bärisches Szenario hier erwarten können. Sollten wir allerdings es nicht schaffen und mit dem Preis hier weiter fallen und dieser wichtige Support an unserer weißen Box hier nicht halten, dann denke ich, dass wir mit dem Preis weiter fallen könnten und daraufhin dann eine Korrektur noch weitergehend vor uns liegen könnte. Wir müssen es definitiv schaffen, hier dieses Hoch hier rauszunehmen bei ca. 44.900 US-Dollar, damit wir hier weiter mit dem Preis ansteigen können. Denn an dieser Stelle haben wir hier definitiv auch einen Widerstand zu erwarten bei ca. 44.900 US-Dollar. Wir legen da einmal eine horizontale Linie hin, dann können wir es ein wenig besser sehen. Wir sehen hier exakt, hatten wir hier einen wichtigen Widerstand bzw. Supportpunkt beim Bitcoin. Hier einmal Widerstand rejected, ebenfalls hier nochmal extrem guten Support gehabt. Hier nochmal Support gehabt an dieser Stelle und hier nochmal auch Widerstand bei ca. 44.900 US-Dollar. Also sollten wir hier weiter mit dem Preis ansteigen, denke ich, dass wir hier nochmal definitiv an dieser Stelle bei ca. 44.900 US-Dollar einen Widerstand zu erwarten haben. Denn dort liegt auch unsere 50er und 20er Moving Average momentan, die definitiv auch einen Widerstand mit sich bringen könnten. Denn sehen wir es uns hier an, sehen wir, dass wir hier von unserer 20er und 50er Moving Average hier immer einen sehr guten Support hatten, wenn wir mit dem Preis angestiegen sind. Wir sehen, dass die 20er Moving Average hier super als Support immer wieder fungiert hat. Und jetzt sind wir unter die 20er Moving Average gefallen, nachdem wir es nicht mehr geschafft haben, hier diese 20er Moving Average zu halten. Wir müssen es definitiv schaffen, hier wie gesagt über die 20er und 50er Moving Average, über diese 45.000 US-Dollar zu kommen. Ab dem Punkt denke ich, dass wir dann weiter mit dem Preis ansteigen können. Und warum die ca. 45.000 US-Dollar so wichtig ist, sehen wir hier auch, wenn wir unsere EMA Ribbons auf dem Daily Chart hier anzeigen lassen. Wir sehen, dass hier unsere EMA Ribbons sich exakt hier auch ebenfalls zwischen 44.000 und ca. 45.400 US-Dollar bewegen. Das heißt, dass wir hier definitiv einmal von unseren EMA Ribbons einen Widerstand haben und nochmal von unserer Widerstands- und Support-Linie nochmal einen Widerstand zu erwarten haben. Deshalb denke ich, dass diese Preisregion sehr wichtig ist. Wir müssen es unbedingt schaffen, hier auf den Daily EMAs über diese EMAs zu kommen, damit wir an diesem Punkt wieder bullish sein können. Denn wir sehen hier jedes Mal, wenn wir es geschafft haben, unsere EMA Ribbons nach oben hin zu durchbrechen, sind wir weiter mit dem Preis angestiegen, wie auch in diesem Fall. Wir sehen hier super die EMA Ribbons als Support immer wieder angetestet und weiter mit dem Preis gestiegen bis auf ca. 52.900 US-Dollar. Und wo wir dann hier unter die EMA Ribbons gefallen sind, sehen wir hier, dass wir wieder an dieser Stelle einmal rejected wurden. Und wie gesagt, hier ist es wichtig für den Bitcoin, dass wir es schaffen, über diese EMA Ribbons zu steigen. Denn sollten wir es nicht schaffen, baut sich hier weiterhin Druck auf, denn die EMA Ribbons drücken hier weiterhin als Widerstand von oben. Unten haben wir den Support, den wir bis jetzt noch halten könnten. Und sollte dieser Support kippen, dann werden wir uns definitiv Richtung 37.000 US-Dollar bewegen. Und auch auf dem Weekly Chart sieht es momentan sehr interessant aus, denn wir sind hier dabei zu kämpfen, unsere 21er Moving Average auf dem Weekly Chart hier weiterhin zu halten. Es sieht so aus, als ob wir es schaffen, unsere 21er Moving Average hier weiterhin zu halten. Momentan sind wir bei ca. 43.545 US-Dollar untraden. Unsere 21er Moving Average liegt bei etwa 43.500 US-Dollar. Hier müssen wir es definitiv schaffen, hier einen Bounce zu sehen und nicht hier unter die 21er Moving Average zu fallen. Denn sollten wir darunter fallen, wie gesagt, und der Support unter uns an dieser weißen Box hier kippen, dann denke ich, dass wir mit dem Preis weiter fallen könnten. So, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Start in die Woche. Bleibt alle gesund und bis morgen.